300 brauche ich 300 bleibt ja nichts anderes übrig so wir haben eine fähigkeit ich würde gerne schmutzige tricks machen wir schmutzige tricks so reden mit ihm tut mir leid aber ich kann nicht einfach da draußen alleine lassen alles klar da müssen wir hin so Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruin. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Artus. Stark gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja. Wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay. Wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ja, Kanal frei halten. Wie auch immer. Da muss ich rein, aber ich komme da nicht rein. Warum nicht? Von da komme ich auch nicht rein. Warte mal, ich probiere mal was. Nee, sowas klappt nicht. Und wie bitte schön komme ich jetzt da, glaube ich? Ja. Und wie bitte schön komme ich jetzt da, glaube ich? Ja. Fertig halt. Ich bin ja nicht rein. Fertig jetzt mal. Geh! wir müssen immer weiter runter aber bevor wir das machen checken natürlich noch alles da ist das signal nee wir müssen nicht komplett runter soll ich jetzt wagen ist das das flugzeug was abgestürzt ist ach bist du bescheuert anscheinend kommt sie doch nicht da hoch ich glaube es ist wirklich das flugzeug nein nicht schon wieder absturz ich glaube es ist wirklich das flugzeug